Die Motive anderer Menschen sind dann wiederum auf einem gewissen Prozess begründet, also ein Geschäft, ein Business aufzubauen, Geld zu verdienen. Dann gibt es wieder Menschen, die bestriebt sind, eine Organisation oder ein Unternehmen zu leiten. Und dann gibt es Menschen, die werden motiviert und die setzen sich als Ziel, Wissen zu erhalten, weiterzuverbreiten, die Gesetze des Universums zu erlernen und nach ihnen zu lieben. Wir haben unsere Bestimmung oder unser Karma auf unserem Atmakörper und das erscheint und verwirklicht sich als unsere Werte und Motive auf dem Buddhikörper. Ein Mensch kann tatsächlich seine eigenen Werte und Motive nicht selbst aussuchen. Unsere Werte und Motive sind eingeboren. Das sind die Dinge, die wir uns viele Leben lang als Ziel gesetzt haben, die wir viele Leben angestrebt haben. Deshalb bekommen wir das schon mit der Geburt mit und das ist praktisch in unserem Inneren. Und wenn die Seele in eine Inkarnation geht, geht sie nicht alleine in die Inkarnation, sondern als Spieler in einem Team und spielt praktisch eine gewisse Rolle ihre gewisse Rolle. Deshalb, wenn wir gewisse Lebensinspekte noch nicht durchgelebt haben, nicht durchgekostet haben bis zum Schluss, die Erfahrungen noch nicht genügend gesammelt haben, wird es so lange auch als unser Wert, als unser Motiv gelten und für uns wichtig sein. Unsere Werte und Motive verwirklichen sich dann als Situationen, also jenen, wir im Leben begegnen. Die Ereignisse und Situationen entstehen auf dem Kausalkörper, die sind mit unserem Kausalkörper verbunden. Indem man eine gewisse Bestimmung hat, welche sich durch unsere Werte und Motive äußert, entsteht bei uns eine gewisse Neigung oder Tendenz zu gewissen Tätigkeiten im Leben. Wenn euch Yoga interessiert, geht ihr hin und lernt Yoga. Wenn ihr euch für Business interessieren würdet, würdet ihr irgendwelche Business- oder Unternehmerkurse besuchen und euch als Hauptziel setzen, viel Geld zu verdienen, weil das für euch das Wichtigste wäre. Eben eure inneren Werte ziehen in euer Leben gewisse Situationen und Ereignisse an. Und wenn wir gewisse Ziele und Werte anstreben, kommen wir in Situationen, die auch damit verbunden sind. Wenn wir in bestimmten Situationen, kommen wir in bestimmten Situationen, kommen wir in bestimmten Situationen und stehen bei uns bestimmten Gedanken. Wladimir, kann man eine Frage? Natürlich. Ja. Kann man diese Werte ändern? Kann man diese Werte ändern? Man kann sich vervollständigen oder bestimmte Hinzufügen. Also das ist unter Wert, soll man eine gewisse Neigung verstehen. Der Mensch versteht selber, wahrscheinlich nicht warum, aber der macht sein ganzes Leben Kampfsport und Kampfkünste. Ah, ценность, это то, чему мы следуем на протяжении многих лет. Unser Wert oder die Werte ist das, was wir unser ganzes Leben lang verfolgen. Конечно, мы пытаемся себе logически объяснить, почему мы следуем этой ценности. Wir versuchen es natürlich, uns logisch zu erklären, warum wir die einen oder anderen Werte haben. Но на самом деле, те ценности, которыми мы следуем на протяжении многих лет, они идут не от logических размышлений, они идут как врожденные качества. Tatsächlich sind aber eben diese inneren Werte, Tendenzen, nicht vom logischen Verstand aus, sondern sind praktisch, wenn wir auf die Welt kommen, bringen wir das bereits mit. Es kommt daher, dass wir in den früheren Leben etwas angestrebt haben und viel an eine gewisse Sache gedacht haben. Наши мысли, желания и стремления, они стали частью каузальной, кармической оболочки. Если мы следовали этому не одну жизнь, а много, то это поднимается еще выше и становится частью нашей бодхической выложки. Und wenn wir das nicht nur ein Leben machen, sondern mehrere Leben, steigt es noch höher und wird ein Teil unseres бодхи-Корпers. Именно поэтому der Schöpfer auch unser Zuhause и даже если человек занимается бизнесом или он управляет государством, считается, что все равно должен быть утромлен к Богу. И даже если человек занимается бизнесом или даже на земле регида, то он требует к Богу, и к кем-корпу, к кем-корпу. Потому что таким образом происходит рост души. Потому что это рост души, к кем-корпу, к кем-корпу, к кем-корпу, к кем-корпу, к кем-корпу, но если мы этого не делаем и мы думаем в основном о материальном, мы энергетически связываемся с материальным миром и продолжаем пребывать в круге Самсары. Наши материальные дела никогда не закончатся. Подобно тому, как море, оно постоянно волнуется и у него есть волны, так постоянно волнуется наш логический ум и к чему-то стремится. И только через медитацию и остановку внутреннего диалога мы начинаем подниматься в своем развитии. и только через это стремление Die Bestimmung manifestiert sich durch unsere Werte und Motive. Unsere Werte und Motive erscheinen durch die Situationen und Ereignisse, die mit uns passieren. Die Ereignisse und Situationen verwirklichen sich als unsere Gedanken oder bilden unser Gedankenfeld. Die Gedanken erzeugen Emotionen, das ist der emotional Körper. Die Emotionen führen dazu, dass bei uns auf der Haut gewisse Empfindungen entstehen. Ab und zu gibt es Situationen, wo wir uns ganz klein vorkommen und wir uns noch mehr zusammenziehen möchten. Das bedeutet, dass unser Bewusstseinsfeld sich so eingeengt hat und wird so klein wie der Körper praktisch und wir uns ganz klein vorkommen und fühlen. Normalerweise passiert das, wenn wir uns in einer Stresssituation befinden und nicht wissen, was wir tun sollen. Die Empfindungen auf der Haut entsprechen dem ätherischen Körper. Und die gröbsten Empfindungen und Gefühle passieren auf der Ebene des physischen Körpers. Und die Empfindungen auf der Haut können harmonisch und positiv sein. Aber auch eine Krankheit kann sich so manifestieren oder verwirklichen. In der slavisch-schwedischen Kulturen In der slavisch-schwedischen Kulturen nimmt man an, dass jedem von uns eine gewisse Lebenskraft gegeben wird, durch die wir uns realisieren oder unsere Welt realisieren. Es ist die Lebensenergie auf slavisch живa oder die живa Energie. Es ist ein bisschen anders. Es ist dem Prana ein bisschen ähnlich, aber nichtsdestotrotz ist die Auslegung und die Arbeit mit der живa Energie ein bisschen anders. Wir kommen zwar zur Energie zurück, aber wir müssen jetzt nochmal verstehen, dass wir unseren goldenen Weg oder unseren richtigen Lebensweg haben. In der skandinavischen Tradition, aber auch in vielen anderen europäischen Traditionen gibt es das Verständnis der Normen, die praktisch das Schicksal schticken oder schticken. Also in den seltenen Worten kann man sagen, dass wir einen bestimmten жизnenden Weg haben, den wir uns realisieren und überprüfen müssen. Anders gesagt hat jeder von uns einen gewissen eigenen Lebensweg, den er auch beschreiten muss. Es ist immer so, dass ihr aus einem Stadt zu einem anderen Stadt geht und es gibt auch irgendwelche Punkte, wo ihr in einem bestimmten Ort kommen müsst, wo ihr in ein bestimmtes Zeitpunkt kommt. Das wäre so ähnlich, wenn ihr von einer Stadt zu einer anderen Stadt fährt und ihr habt gewisse Meilensteine oder gewisse Pausen oder Punkte, die ihr durchfahren müsst. In der slavischen Tradition wird auch angenommen, dass bevor die Seele reinkarniert, ihr Lebensweg gezeigt wird. Also sie weiß, wie sie das Leben dann verlieben müssen. Und dieser Weg besteht zum einen aus unserem Karma, zum anderen aus diesen Lebenslektionen, die wir bestehen müssen, um besser zu werden und weiter zu evolutionieren. Aber wenn wir auf der Ebene des Körpers befinden, wenn wir bereits den Körper haben und reinkarniert sind, statt dem, dass wir uns mit unserem Verstand, mit der Vernunft, mit unserem Mutti Körper identifizieren und aus dieser Ebene die Entscheidungen treffen, Wir identifizieren uns eher aus unserer mentalen Ebene mit unserem logischen Verstand. Deshalb entsteht bei uns ein nicht optimaler, so ein verdrehter Lebensweg. Wenn wir in der Kindheit vielleicht von irgendwas nicht genug bekommen, nicht genug Aufmerksamkeit, nicht genug Liebe. Vielleicht hat man uns geschlagen oder wir haben andere psychologische Traumata. stattdessen, dass wir dem Weg folgen, der in unserer Seele bereits begründet ist, unser eigener Lebensweg, streben wir Dinge an, die für uns eigentlich nicht harmonisch sind und sogar nicht notwendig sind. Und als Resultat bauen wir anderen Lebensweg für uns, den wir als eigenen erachten. Und wenn wir unseren eigenen Lebensweg so bauen, lenken wir uns von unserem optimalen, von diesem ideellen Weg ab. Und was passiert dann? Am Anfang, wenn wir von unserer Bestimmung abweichen, auf dem Mutti Körper entsteht der Zerfall der Lebensenergie in den Zer- und den wahr Bestandteil, in der Aktiv- und Passiv- und Passiv- und Teil. Wenn ihr möchtet, könnt ihr das für Verständnis als Yin und Yang bezeichnen. Es erscheint dann so in unserem Leben, dass wenn wir etwas machen, was wir auf der Ebene der Logik heraus möchten, und nichts ist bedroht, sie steht bei uns durch diese Tätigkeit ein Gefühl von Einsamkeit, ein Gefühl von Mangel der Befriedigung durch diese Tätigkeit. In der Seele hat man dann so ein Gefühl von Leere und von Unsinnigkeit, also dass das Leben keinen Sinn hat, eher so. Wir auf der Ebene der Logik uns selbst überzeugen, ja wir müssen ja zur Arbeit gehen, wir müssen diesen Dingen nachgehen. Infolge dieses gewissen Stresses, dieser Stress entsteht, dass wir nicht unserem Lebensweg nachgehen, also wir gehen nicht den Weg, der sich in unserer Seele befindet. Entsteht der Zerfall in Ж und Wahr. Und jetzt teilen wir unser Bewusstsein auf in das Bewusste oben und in das Unterbewusste unten. Wenn der Zerfall der Energie passiert, wenn der Zerfall der Energie passiert, eine частige Aktivität oder Passivität bleibt im Bewusstsein, und das eine Teilchen dieser Energie entweder der Passivität oder der Aktivität bleibt im Bewusstsein, und das andere, das Gegenteil dazu, das geht in das Unterbewusstsein hinein. Wir stellen uns vor, dass eine gewisse Lebenssituation eingetreten ist, die dazu geführt hat, dass die Energie zerfallen ist. Auf der Ebene des Bewusstseins ist eine Aggression da geblieben, der Wunsch, jemanden etwas klarzumachen, jemanden von etwas zu überzeugen. Und auf der Ebene des Bewusstseins ist eine Passivität, eine Passivität, eine Schwäche auslöst und ein Gefühl, dass man das Gewünschte nicht erreichen kann. Dieser Zerfall der Energie Dieser Zerfall der Energie Erzieht die einen oder anderen Ereignisse oder Situationen an Aber auch Menschen, bei denen die Energie gleichermaßen zerfallen ist wie bei uns. Zum Beispiel ein Mann, der als Kind von seinem Vater irgendwie geschlagen wurde und verletzt wurde, der sich dann immer gekränkt und missverstanden hat, gefühlt vom Vater. Aber äußerlich möchte er kräftig und stark Stärke ausstrahlen. Deshalb begann er Sportkampfkünste zu trainieren. Und ging sogar zur Armee, um allen zu beweisen, dass er ein richtiger Mann ist und wurde Offizier. Und dann, als die Zeit kommt, um ihn zu heiraten. Auf der Ebene des Bewusstseins strahlt er eine Kriegerrische Energie aus, eine starke Energie aus. In seinem Unterbewusstsein fühlt er sich aber schwach. In seinem Unterbewusstsein fühlt er sich aber schwach. Und wenn sie heiraten. Und wenn sie heiraten. Und wenn sie heiraten. Der Mann hat gewisse Charakterzüge und eine gewisse Verhaltensweise gehabt. Aber es kommt dann praktisch zu einem Überschlagen des Bewusstseins und des Unbewusstseins. Dem Prinzip nach gleiches zieht gleiches an. Und er hätte sich gedacht, dass er so stark ist und halt Familie überhaupt ist. Aber die Frau beginnt ihn dann zu dominieren. Und es entstehen dann Lebenskonflikte. Der Mann kann sich vielleicht von der Frau dann scheiden lassen. Aber solange diesen inneren Zerfall in sich trägt, wird er dieselben Frauen wieder anziehen oder dieselben Menschen in seinem Leben anziehen. Dank dessen gerät er in Situationen und Ereignisse, die nicht harmonisch sind. Wenn er dann in diesen negativen Situationen und Ereignissen gerät, entstehen bei ihm auch negative Gedanken dadurch. Diese negativen Gedanken erzeugen negative Emotionen. Diese negativen Emotionen fühlt man dann auf der Haut als Empfindungen. Und letztendlich dringt die Krankheit in seinem physischen Körper. Wenn wir über den Zerfall von Energie sprechen, zerfällt sie auf jeden einzelnen Körper und Hülle. Und diesen Verspannung auf dem Körper kann man als Verspannung fühlen. Diese Zerfall der Energie spüren wir auch im Körper als Verspannung. In der direkten Verständnis kann der Masseur praktisch das als Verspannung direkt im Körper spüren. Man kann den Menschen praktisch auch so betrachten wie eine Spinne und diese Spinnenfüße ziehen gewisse Menschen in Situationen heran, die vielleicht nicht so ganz harmonisch sind für ihn. Und wir stellen uns vor, dass ein Mensch sich damit beschäftigen möchte und sich davon befreien will. Er kann zum Beispiel mit Fitness beginnen. Oder mit allen anderen körperlichen Praktiken. Und diese Praktiken können diesen Zerfall der Energie gewissermaßen aufarbeiten. Aber in den feinstofflicheren Schichten bleibt dieser Zerfall bestehen. Das ist im Prinzip so ähnlich wie bei einem Militärauto, wenn man den Reifen durchschießt, entsteht da so ein Prozess, dass Luft wieder nachgepumpt wird aus dem Inneren. Das Auto kann ja noch ein gewisses Stück fahren, ohne dass der Reifen platte ist, weil es von ihnen immer wieder aufgepumpt wird. Aber um den Reifen wieder ganz zu machen, dass er wieder normal fahren kann, muss man ja das Loch stöpfen oder halt zu kliegen, reparieren. Und wenn wir über den Unterricht von Yoga sprechen, muss man ganzheitlich damit umgehen, Meditationen einschalten, Sachen einschalten in die Praxis, wo der Mensch lernt sich selbst zu verstehen, damit es nicht das reine Yoga nur auf der untersten Ebene bleibt. Manche Leute, die auf ätherischen Ebene auch diese Aufgaben lösen möchten, beginnen, Qigong zu praktizieren oder andere energetische Praktiken. Aber das ist wiederum lediglich die ätherische Körper. Das ist schon einiges besser, aber nichtsdestotrotz dringt es nicht auf die höheren Geschichten. Manche Menschen gehen dann zu gewissen Seminaren oder Kursen, wo man mit Emotionen arbeitet oder gewissen Emotionen nochmals verliebt. Radikalisches Verzeihen, Familienaufstellungen. Oder noch etwas, was mit dem, dass man sich verabschieden muss. Vielleicht eine Gruppentherapie, wo alle in den Kugeln sitzen und sich erzählen, dass sie sich mit einem anderen ihre Bögen erzählen. Gruppentherapien gehören dazu oder gewisse Therapien oder Maßnahmen, wo der Mensch einfach nur sich ausheulen muss und es ihm dann besser geht. Aber wiederum ist der Zerfall trotzdem auf allen Schülern. Es sind dann die Menschen, die vielleicht nur auf der emotionalen Ebene arbeiten, denken, dass sie etwas tun, aber vergessen, dass auch der Körper auch trainiert werden muss oder dass man mit dem Körper auch arbeiten muss und mit den anderen Schichten. Manche gehen dann zu neurolingüistischer Programmierung oder Hypnose. Die werden dadurch ihre Gedanken vielleicht austauschen oder verbessern, damit für diese Leute die Welt ein bisschen besser erscheint. Aber auch wenn sie sich hypnotisieren oder vollständig ihre Gedanken austauschen, kommt es nicht zu einer vollständigen Geniesung. Weil um ein Gefühl von vollkommen Glück zu erreichen, muss man meditieren. Nur über eine Meditation können wir dieses feinstoffliche, ungreifliche mit den Händen verstehen, quasi unsere Lebensbeschwindung. Wir müssen aber auch verstehen, dass wir nicht unbedingt lange in eine falsche Richtung denken können. Wir können auch nicht unbedingt lange in eine falsche Richtung. Wenn wir nicht unseren richtigen Weg gehen, den Weg unseres Egos gehen, kommen wir in ernsthafte Lebenssituationen. Und diese einschneidenden Erlebnisse, das können vielleicht ein schlimmer Unfall sein, wo ihr dann mit dem Leben und Tod um das Leben kämpft dann praktisch. Wenn wir von dem optimalen Weg unsere Seele abweichen, lässt die Seele selbst diese schlimmen Situationen entstehen. Nicht der Gott und auch nicht der Teufel. Wir ziehen selbst diese Problemsituationen an. Wir müssen verstehen, dass jede Situation nur eine Manifestierung negativer Gedanken sind, die das praktisch anziehen. Das Ganze passiert nur, damit wir auf unseren optimalen Weg zurückkehren. Es gibt einen berühmten Menschen, Steve Jobs. Der Entwickler von Apple und allen anderen Geräten, die da eine Rolle spielen. Er war ein sehr reicher Mann, aber stark mit 56 Jahren. Er war ein sehr reicher Mann, aber stark mit 56 Jahren. Er war ein sehr reicher Mann. Er war ein sehr reicher Mann. Er wurde praktisch auf Bestellung geboren. Seiner Mutter wurde Geld gegeben, dass sie ihn für eine andere Familie auf die Welt bringen. Was auch über ein gewisses Stammes- oder Familienkarmen spricht. Und wenn er begonnen hat, sein Business aufzubauen, er tiefte sich so in sein Unternehmen, dass er weder Männer noch Frauen irgendwie bemerkt hat. Und er konnte sich nicht entscheiden, welchen Geschlecht er angenommen hat. Und er hat einen Menschen, der in 33 Jahren, 33 Jahre, als er zu einem Team-Meeting von Direktoren kam, also auch in die Firma, die er eigentlich gegründet hat, hat man ihm gesagt, er ist gekündigt. Die Firma gegründet und wurde von dort gekündigt. Schlaue Leute haben gewisse Dokumente unterschrieben und er hat ja da halt nicht ordentlich reingeguckt. Er hat nur über Erfindungen, Entwicklungen gedacht. Und ihr könnt euch das auch jetzt vorstellen. 33 Jahre, ihr habt 300 Millionen und bleibt dann mit leeren Händen von heute. Das war eine sehr schlimme Krise-Situation für ihn. Er brachte ein halbes Jahr, um wieder zu sich zu kommen. Er hat getrunken, er hat Drogen konsumiert. Und dann ging er einmal in ein Studentencafé. Um etwas Gutes zu erinnern an das, was wir früher mal hatten. Und sah dort ein Mädchen. Und er ist in dieses Mädchen verliebt. Dank dessen, dass er sich verliebt hat, hat er es geschafft, zu einem Normalzustand zurückzukommen. Und sie begannen sich zu treffen. Und dann entstand die Situation, dass sie schwanger wurde. Und es entstand die Frage, wie du die Familie ernähren willst. Was möchtest du machen? Ist deine Lieblingstätigkeit, was kannst du überhaupt tun? Und er sagte, ich liebe es Computer zu entwickeln und ich mag es. Und er gründete eine neue Firma. die nächste Computer hieß oder immer noch heißt. Nach sieben Jahren hat die Firma Apple, bei der die Ideen ausgegangen sind. Und sie begann auseinander zu bröckeln. Und sie kamen zu Steve Jobs und sagten zu ihm, wir können nicht ohne deine Ideen weiterkommen. Wir möchten deine Firma kaufen. Mit deinen neuen Entwicklungen. Und du bekommst auch eine gewisse Basis von uns, von der du arbeiten kannst und kannst deine Geräte weiterentwickeln und auf der ganzen Welt vertreiben. Und er verkaufte seine Firma damals für 427 Millionen Dollar. Und er wurde auch ein Miteigentümer von Apple, von neuem. Aber mit 56 Jahren starb er wegen Trips. Lass uns betrachten, wie das gewesen ist. Das ist meine eigene Sichtweise. Weil er von der Geburt dieses Familien Karma hatte. Für ihn wäre die Familie ein sehr wichtiger Punkt, den er durchleben hat müssen. Aber indem er seinen dunklen Weg, also den Weg seines Egos gegangen ist, hat er nicht über die Familie nachgedacht. Deshalb geschah ihm das so, dass sein Business kaputt gegangen ist. Diese Zerstörung brachte ihn an diesen optimalen Weg zurück, den er eigentlich hätte folgen müssen. Und tatsächlich, wenn er heiratet, hat er drei Kinder aus dieser Frau. Und wenn er heiratet, hat er drei Kinder aus dieser Frau. Dann haben wir gemeinsam drei Kinder bekommen. Er kam auf seinen optimalen Weg zurück. Er hat aber nicht bewusst, wie er sich von dieser zerfallenen Energie reinigen soll. Zerfallene Energie, die diese negativen Situationen in sein Leben gezogen hat, wirkte sich durch negative Gedanken aus. Was ist Krips? Was ist Krips? Krips ist so eine Kränkung oder innere Verletzung. Auch damals, als er seine neue zweite Firma verkauft hat und auch Miteigentümer von Apple geworden ist, war er immer noch Verletzung gekränkt, wie wegen dieser Leute wegen diesem Vorfall. Diese negativen Gedanken wirkten sich als negative Emotionen aus. Negativen Emotionen erschienen dann als Gefühle auf der Haut. Und letztendlich bekamen er die Krankheit auf der körperlichen Ebene. Wenn wir diesen ganzen Mechanismus verstehen, wir verstehen, wenn wir ein ganzheitlicher, vollkommener Mensch werden möchten, neben der körperlichen Praktik müssen wir auch Meditationen praktizieren, um ein bisschen umfangreiche gewisse Situationen und Ereignisse zu sehen und verstehen zu können. Und dank dessen können wir unsere eigene Bestimmung verstehen und sehen, um effektiver unsere Ziele erreichen zu können. Welche Art der Wahrnehmung kann es bei uns geben? Die primitivste Art der Wahrnehmung heißt, ich bin getrennt von der Welt. Also ich bin hier und die Welt ist hier um mich herum. So lässt der Mensch durch seine Gedanken eine gewisse Hülle um sich entstehen. Das heißt, er selbst ausgibt Energie durch seine negativen Gedanken, durch seine negativen Gedanken, durch seine negativen Gedanken. Er schreibt gewisse negativen Gedanken aus und zieht diese desharmonischen Leute, desharmonischen Situationen in seinem Leben. Ich erzähle immer auf Seminaren über живo und живo. Und bei meinen Seminaren über живo Heilkunst und живo. Ich erzähle diese Mechanism. Ich erzähle auch, dass im Jahr 1926 Nilsson Bohr und Geisenberg hatten ein Experiment durchgeführt. Als Resultat des Experiments wurde bewiesen, dass das Licht sich als Welle benennen kann, aber auch als Teilchen. Wenn die Wissenschaftler glauben, dass das Licht aus Photonen besteht, und es ein Teilchen ist, können sie auch diese Teilchen nachweisen. Wenn die Wissenschaftler denken und glauben, dass das Licht eine Welle ist, erscheint oder verhält sich das Licht wie eine Welle. So müsst ihr verstehen, dass jeder von uns um sich so ein eigenes Energiefeld generiert. Die Energie des Lebens, die durch uns hindurch fließt und durch die Gedankenkraft nach außen, zieht gewisse Ereignisse und Situationen an. Wenn wir das aber nicht verstehen, wir denken, dass es zufällig mit uns passiert ist. Zufällig hat man uns gekündigt. Zufällig hat man uns gekündigt. Zufällig verlässt uns der Partner. Zufällig geraten wir in die einen oder anderen Situationen. Wenn wir denken, dass ich hier bin und die Welt dort ist, verstehen wir nicht, wie wir selbst auf unsere Welt wirken. Deshalb gibt es auch eine andere Art der Wahrnehmung. Und die zweite Wahrnehmung heißt, ich ist gleich oder ich bin gleich der Welt. Und das Wirkungsprinzip dieser Verhaltensweise, diese Sichtweise ist so, dass ich die Welt um mich verändere, indem ich meine Gedanken verändere. Und wenn wir unsere Gedanken verändern, verändern wir die Welt um uns herum. Uns wird es klar, indem wir uns selbst verändern, verändern wir unsere Umwelt. Aber es ist immer so, dass wir diese Situationen oder Situationen passieren. Nichtsdestotrotz geschieht mit uns dann gewisse Situationen und Ereignisse, die wir nicht immer im Vorfeld auch kontrollieren können. Deshalb gibt es auch ein drittes Modell der Wahrnehmung. Das dritte Modell ist, wenn wir unsere energetischen Hüllen und die äußere Welt befinden sich in dem Fall in unserem Inneren. Lasst uns verstehen, wie genau. Die Rede ist von dem Leben in einer Meditation. Wie sieht das Leben eines normalen oder üblichen Menschen aus? Er hat seine innere Welt und seine Außenwelt. Wir bewegen uns aus unserer inneren Welt in die äußere Welt. Zum Beispiel. Wir möchten, dass wir einen angemessenen Lohn bekommen. Wir gehen in die äußere Welt, verrichten, wenn uns das nicht mehr befriedigt. Wenn uns das nicht mehr befriedigt, gehen wir wieder in die äußere Welt, gehen wir wieder in die äußere Welt, machen wir andere oder gehen zu einer anderen Arbeit oder lernen etwas anderes. Und das können wir vielfältig mal machen. Das Gleiche ist auch über die Beziehungen zu sagen. Wenn uns ein Mensch nicht befriedigt, suchen wir einen anderen. Ort für uns zu suchen. Wenn uns der Ort nicht befriedigt, wo wir leben, beginnen wir einen anderen Ort für uns zu suchen. Nichtsdestotrotz hat jeder irgendwo an seine Grenzen oder an seine Begrenztheit. Wir möchten mehr erreichen, aber spüren, wie gesagt, diese Grenzen. Diese Begrenztheit kann in allen möglichen Aspekten des Lebens sein. In sportlichen Ereignissen. In sportlichen Ereignissen. In sportlichen Ereignissen. In spirituellen Bestreben. In finanziellen. In finanziellen. Wir können in einem Monat nicht mehr verdienen als eine gewisse Summe. Und egal, wie oft wir in diese äußere Welt gehen, haben wir trotzdem diese gewissen Grenzen. In slavischen Yoga, in der Jivajarga-Praxis, muss der Mensch andersherum, der muss in sein Inneres gehen. In sein Inneres gehen heißt, dass man sich aus dem Tiefen heraus verändert. In erster Linie muss man die Methode seiner Wahrnehmung verändern. Diese dritte Wahrnehmungsart, die wir so bezeichnen, die Welt in mir. Der bedeutet, dass der Mensch beginnt, seine Körper und Hühlen auszuweiten. Die äußere Welt nimmt er in sein Inneres auf. Das wird in einer Meditation gemacht. Lasst uns noch mal über die einzelnen Hühlen sprechen. Unser ätherischer Körper kann bis zu 50 cm von Radius haben. Wenn wir den Blick defokussieren können, wir es auf einer schwarzen Oberfläche sehen, also wenn wir die Finger auf die Hand betrachten. Die nächste Hühle ist der Astralkörper oder die emotionale Körper. Die kann bis zu 10-15 m groß werden. Was bedeutet das? Wie kann man das verstehen? Ihr betritt zum Beispiel einen Raum, wo davor jemand gestritten hat. Sie sind leise und sprechen nicht miteinander, aber ihr spürt, dass hier gerade etwas passiert ist. Oder jemand schaut euch in den Rücken. Ihr dreht euch um und sieht, dass euch tatsächlich jemand in den Rücken guckt. Wenn es ein Abstand 10-15 m ist, werdet ihr das spüren können. Ihr spürt das mit eurer emotionalen Hülle. Wenn euch aber jemand aus der Entfernung von einem Kilometer betrachtet, durch ein Fernglas, werdet ihr das nicht spüren oder verstehen. Weiter geht der Mentalkörper. Ich möchte euch gleich erwähnen, dass ich diesen mentalen Körper auf zwei Ebenen aufteile. Die erste Ebene ist praktisch das übliche tägliche Denken. Das ist ungefähr ein, zwei Kilometer im Radius. Hier gehe ich zur Arbeit, hier wohne ich, hier gehe ich einkaufen. Dieser übliche Lebenskreis. Also ein unentrenierter Mensch, der nicht praktiziert, bei dem ist dieser Radius ein bis zwei Kilometer. Hält euch aber vor, dass ihr logistik macht oder sehr viel reist. Zum Beispiel, ihr müsst ein Fahrzeug von New York nach London liefern, von London nach Peking. Nach Australien. Und wenn ihr viel reist, wenn ihr in dieser Gedankenkraft die ganze Erde einfangen könnt, weil ihr viel unterwegs seid, weltweit, ist euer Mentalfeld, das kann so groß werden wie der Planet Erde. So ist es dann, dass der ganze Planet Erde sich in eurem Inneren befindet. Alle Ereignisse, mit denen ihr konfrontiert seid, nicht mehr die äußere Welt in Bezug zu euch, sondern zu eurer inneren Welt. So durch die Zeichen, durch die Ereignisse eurer Außenwelt, ihr könnt ihr meditativ fühlen und verstehen, wie ihr den optimalen Weg gehen oder ob sie den Weg dieses Egos, diesen unoptimalen Weg gehen. So ein meditierender Mensch muss sich an diese dritte Wahrnehmungsweise nähern oder anstreben durch Meditation, die Welt ist im maximalen Öffnen, vergrößern seine energetischen Körper und Hüllen. Aber um unsere energetischen Körper und Hüllen zu vergrößern, müssen wir unseren Feinden begegnen. In diesem Spiel, welches das Leben heißt oder auch so ein Schritt Lila, haben wir Feinde. Das sind aber auch keine äußeren Feinde, das sind die inneren Feinde. Wenn der Mensch auf die Welt kommt, hat er alle diese Körper und Hüllen, die sind nicht genug entwickelt. Weil wir reden gleichermaßen von der physischen Reife, aber auch von der geistigen Reife. Deshalb gibt es einen Menschen, den wir jetzt in Anführungsstrichen als Kind bezeichnen. Die physische Körper entwickelt, die äußere Körper entwickelt. Aber die anderen höheren Hüllen sind noch nicht genug. Wie erscheint das? Wenn jemand von etwas befangen ist, wie so ein Kind verspielt ist, irgendwo in einem gewissen Thema drinsteckt. Zum Beispiel, ein Kind ist von seinem Spielzeug praktisch. Er ist nicht nur begeistert, er ist voll da drin. Also der kriegt nichts um sich herum, der weint auch nicht, der ist nicht völlig vertieft. Genau, vertieft so. Der ist vertieft in dieses Spielzeug. Wenn man immer das Spielzeug wegnehmt, beginnt er zu weinen. Das Kind kann sich nicht glücklich fühlen ohne dieses Spielzeug. Es braucht dieses Spielzeug. Man kann sagen, er ist vertieft oder gebunden an dieses Spielzeug. Wenn das mit einem kleinen Kind passiert, ist es auch nichts Schlimmes. Aber es gibt erwachsenen Menschen, die genauso befangen oder gefangen von irgendetwas sind. Jemand ist befangen von diesen Computerspielen und spielt dann zwölf Stunden am Tag. Also, вместо того, um zu arbeiten und zu arbeiten, um Geld zu verdienen, er hat praktisch in die Arbeit zu gehen, Geld zu verdienen, vergeudet er seine ganze Zeit mit diesen Vergnügen der Computerspiele. Кто-то может быть увлечен Sexом und думает nur über Sex und er ist nicht mehr способен, mit jemandem zu arbeiten. Ein anderer ist vielleicht von Sex befangen und denkt nur an Sex und hat keine anderen Interessen und Tendenzen im Leben. Wenn wir von etwas befangen sind, haben wir sowas wie ein Tunnelblick. Wir sehen die Welt, die uns umgibt, nicht mehr. Zum Beispiel, irgendein Leid, eine Schwierigkeit passiert mit euch. Wenn ihr nicht daher eure Emotionen, eures Körpers und eures logischen Verstandes werdet, das, was im Sanskrit Goswami oder in der slavischen Tradition Pan bezeichnet wird, dann könnt ihr dann sich mit seinem Geheim und nichts mehr tun und nicht wissen, wie es geht. Und ihr seid schon auf irgendwelchen Relsen gewaltigen, schablonigen действия. Seid ihr gefangen von dieser Situation? Ihr habt immer noch einen Tunnelblick. Ihr wisst nicht, was ihr machen sollt. und das nimmt euch sehr stark mit. Wenn wir meditieren, dann können wir diese Befangenheit und dieses Mitgenommen-Sein von der Situation auflösen. более широко мыслить. Breiter denken. Не через плохо или хорошо, а как целостное восприятие, не двойственность. nicht ohne gut und schlecht, sondern durch Singularität, also ohne diese Dualität, ohne in Dualität zu denken. захваченность имеет свой Plus и свой Minus. Diese Befangenheit hat auch ihren Plus und ihr Minus. Plus это например, если это ребенок и он захвачен игрушкой, то вы с помощью этой игрушкой можете например, я тебе дам игрушку, но ты поубирай в комнате. можно использовать это, если мы понимаем, что человек чем-то привлекает, мы с помощью этого привлекения можем определенным образом руководить этим человеком. А если мы понимаем, что человек под правдой, мы можем использовать У чем минус эта привлекательность? Wenn der Mensch erwachsen geworden ist, kann der Mensch sich nicht kontrollieren. Statt dem ein Mann praktisch seiner Lebensbestimmung nachgeht, seine männlichen Verpflichtungen erfüllt, sammelt er Autos. Statt seine inneren Werte zu entwickeln, beschäftigt er sich nur mit Reisen und sammelt dann praktisch die Länder, wo er schon überall gewesen ist. Die Befangenheit bringt uns wiederum dazu, dass wir auf diesen schiefen Weg des eigenen Egos kommen. Unsere Bestimmungen nicht erfüllen und ein gewisses, nicht positives Karma aufbauen. Die Erwachsenen, die man als Kinder bezeichnet, sind halt Shudras, das ist die vierte Kaste. Das sind Arbeiter, die halt praktisch außer Handarbeit zu nichtsfähig sind, also zu keinem geistigen Arbeiten oder Funktionen. Eine höhere Ebene als Kind ist der Jugendliche. Das ist das Öffnen, das Entwickeln des emotionalen Körpers. Diese Menschen benötigen ständig irgendwelche Instruktionen. Die brauchen eine Instruktion für ihre täglichen Dinge. Die brauchen eine Konstitution. Die brauchen Gesetze, eine Konstitution oder ein Grundgesetz. oder gewisse Heilige Schriften, nach denen sie lieben. Die treffen nicht selbst Entscheidungen. Sie folgen lediglich gewissen Instruktionen. Und wenn etwas falsch geht, dann sagen sie, ich bin selbst nicht schuld. Das ist die Instruktion, da stimmt etwas nicht. Die Jugendlichen, die werfen regelmäßig die Verantwortung von sich ab. Es ist jemand anderes schuld, aber nicht sie selbst. Die Leute können auch sagen, dass das Karma schuld ist. Wenn die Vorfahren schuld sind. Die Regierung ist schuld oder das Umweltsystem ist schuld. Wenn der Mensch krank wird, sind alle anderen um ihn herum schuld, aber nicht ihr selbst. Die Menschen können normalerweise ihre Emotionen auch nicht kontrollieren. Wenn es eine Situation gibt, wo man sich übermolchen muss, mit einer Muldigkeit zu erinnern. Die Menschen können auch nicht kontrollieren. Dass sie etwas nicht glücklich sind, dass sie etwas nicht glücklich sind, dass sie das Recht haben und so weiter haben. Aber in der Grundlage das nicht zu bringen. Und es gibt Situationen, wo man eigentlich bescheiden, schweigen sollte. Sprechen diese Menschen immer ganz laut und ganz viel. Und das führt letztendlich auch nicht zur Lösung des Problems. Auf der Ebene des Jugendlichen erscheint noch ein innerer Feind, der Angst ist. Bis zu unserem 15. Lebensjahr sammeln wir eigentlich eine sehr große Anzahl von Samskaren. Das sind praktisch so tiefe Eindrücke oder auch... Wir fielen negativen Sinneseindrücke, Sinnesbilder. Infolge derer wir beginnen, Angst zu spüren. Wir hatten auch sehr viele Male, wo etwas nicht geklappt hat. Haben wir Angst, etwas Neues auszuprobieren. Wir haben vielleicht sogar Angst, dass etwas nicht gut klappt bei uns, was wir vorhaben. Und dieser Angst hält uns auch wie auf so einem Gleis, wie ein Zug. Wir schaffen es nicht, nach links, nach rechts auszuweichen. Wir haben praktisch diesen vorgegebenen Weg wie bei der Eisenbahn und können uns nur geradeaus bewegen. Wenn ein Mensch nicht meditiert und seine Bewusstsein eben nicht weiterentwickelt, kann es sein, dass er das generell nicht versteht und nicht sieht, dass mit ihm das passiert. Auch die Angst hat ihre positive und negative Seite? Der positive Punkt ist, dass man mit Hilfe von Angst auch jemanden kontrollieren kann. Tatsächlich wird die ganze Gesellschaft nur durch Angst kontrolliert. Man sagt zum Beispiel, es wird kein Gas geben, alles wird schlecht sein. Die Menschen beginnen, sich vor etwas zu fürchten und beginnen, gewisse Handlungen zu tun. Wir werden angegriffen und die Leute bekommen wieder ihre Angst und zahlen leichter zu steuern oder sind eher zu irgendwelchen Dingen leichter zu verleiten. Alles, was mit Bestrafung auch zu tun hat, dort ist auch immer Angst dabei. Man kann auch etwas Positives trotzdem haben, weil die Menschen gewisse Sachen nicht tun, weil sie davor fürchten, bestraft zu werden. Aber neben diesen negativen Verhaltensweisen haben wir auch sehr oft Angst, etwas zu verändern in unserem Leben. Periehter in eine neue Arbeit, die Arbeit zu wechseln, die Lebensweise zu verändern. Und sehr oft begrenzt die eigene Angst, die Sachen, die wir erreichen könnten im Leben. Negativное проявление страха, это когда страха нет. Eine negative Erscheinung von Angst ist aber auch, wenn die Angst gar nicht... Der Mensch beginnt, dort zu riskieren, wo es eigentlich nicht nötig ist. Er riskiert, wenn er beim Autofahren ist. Er riskiert irgendwie anders auch im Leben. Und diese fehlende Angst, dieses übermäßige Riskieren, führt dann letztendlich auch zu zerstörungen. Das ist die Ebene des Jugendlichen. Und der Jugendliche macht alles nur wegen seinem eigenen Vergnügen. Поэтому условно это можно назвать Weishami. Das sind die Leute, die orientiert sind auf der получensten materiellen благ, um mit dem mit diesem Spaß zu erinnern. Den kann man die Leute auch als Weishos betrachten. Also die praktisch zu ihrem Vergnügen leben und das Leben genießen wollen. Mit Hilfe der Meditation kann man alle diese einzelnen Stufen beschreiten, weil es kann auch mehrere Leben draufgehen, bis man das alles versteht und bis man alle Seiten abgearbeitet hat. Und in der Grundlage dieser ganzen Entwicklung ist die Konzentration. Wenn Sie eine Asana ausführen, Sie müssen das Körper unterhalten und viele Punkte kontrollieren. Da, zum Beispiel, muss man irgendwo einen Bezweck rechnen, wo man irgendwo einen Bezweck rechnen muss. Das heißt, разные части своего Körper. Wenn Sie Asanas ausführen, müssen Sie gleichzeitig mehrere Punkte im Körper kontrollieren. Благодаря этому у вас увеличивается Сила Konzentration. Dank dessen verbessert sich eure Fähigkeit und die Kraft der Konzentration. Ваша Сила Konzentration und вашей жизненный успех – это знак равно. Eure Fähigkeit, euch zu konzentrieren und euer Lebenserfolg, da kann man ein Gleichzeichen dazwischenstellen. und je länger ihr auf etwas konzentriert bleiben könnt, desto erfolgreicher seid ihr dann. No, например, zwei Freunde начали заниматься Business. Beispiel, beginnen zwei Freunde, sich mit Business zu beschäftigen. Один skonzentriert sich, bildet eine Firma und verwendet dafür fünf Jahre seines Lebens. Der andere war befangen. Например, war befangen von Reisen. Und er begann zu reisen. Er hat nichts verdient und nichts erreicht. Ja, er war zwar in vielen Ländern. Weil er nichts erreicht hat. Dadurch durch seine Reisen, wenn er zurückkehrt, muss er praktisch so als Hofkehrer oder Stadt. Die Befangenheit bremst ihn irgendwo ab. Es lässt nicht zu, dass er sich im Leben realisiert. Weil er aber auch gleichzeitig noch nicht seinen Lebensweg geht, beginnt er auch noch krank zu werden. Die Bank nimmt ihr vielleicht irgendwo seinen Guthaben weg und dann beginnt er so praktisch auf die Ebene der Lebensschwierigkeit zu driften. Wenn der Mensch im Inneren geistig erwachsen wird und die Ebene des Jugendlichen erreicht. Das ist der уровень, wo wir schon ein Artistismus-Mischung haben. Also die dritte Ebene jetzt, des jungen Menschen. Also das ist irgendwo auch eine Kunst. So ein Mensch kann книge, Instruktionen schreiben. Also die Kunst in seiner Denkweise. Er kann auch jetzt Bücher schreiben oder irgendwelche. Er kann ein bisschen breiter über gewisse Dinge nachdenken. Sehr oft kann es nicht ausführen. Es kann auch sein, dass es sogar ein Doktor ist. Einmal, als ich selber Student war, fragte ich mir einen Professor, ich sage, Sie sind ja Doktor in Wirtschaftswissenschaften. Sag ich mir bitte, warum haben Sie keine eigene Firma? Sie können ja an jedem Businessplan schreiben. Wir haben ja auch sehr viele wirtschaftliche Bücher geschrieben. Aber ich sehe, dass Ihr Anzug ziemlich billig aussieht. Ihr habt ein sehr altes Auto. Und man sieht, dass das Auto sehr alt ist und es fällt praktisch aus. Warum machen Sie keine eigene Firma? Natürlich hat er mir sehr viele logische Erklärungen geboten, warum das gerade so ist. Ich habe aber verstanden, dass er nicht glücklich ist, weil ihn seine Frau gelassen hat und er hat Studentinnen nachgeschaut. Und er hat Studentinnen nachgeschaut. Und in anderen Worten, er hat seine Mentalität und seine Möchung anders gesagt, hat er seine Mentalität sehr weit entwickelt. Aber er hat keine Kraft, auf die materielle Ebene zu wirken. Menschen, die diese Ebene erreichen, die können praktisch so, ja. Они могут работать als Top-Manager. Leitbücher schreiben, Instruktionen schreiben für gewisse Dinge, die können auch als Top-Manager arbeiten. Aber die sind trotzdem... Also, sie können die materielle Welt nicht verändern, das ist für die unerreichend. Und hier gibt es noch ein внутренiger Brach, der heißt «Jasność». Was beinhaltet die Klarheit? So einem Menschen scheint es, als würde er alles wissen. Er weiß zwar alles, aber er kann das Resultat trotzdem nicht erreichen. weil sein Wissen bildet für ihn auch seine gewisse Welt anschauen. Auch jetzt gerade, wenn ich das alles erziele, denke ich, ja, ich weiß, das ist schon alles. Ich habe mich ja damit schon beschäftigt. Und wenn er über alles Bescheid weiß und schon alles gehört hat, frage ich ihn immer, warum du das und das noch nicht erreicht hast in deinem Leben. Und dann muss man sich eingestehen, dass uns gewisse Gedanken vielleicht irgendwo eingrenzen, erscheint für uns so, dass wir alles verstehen, aber gerade diese Gedanken grenzen uns auch gleichzeitig ein. Und mit Hilfe von Meditation, mit der Verstärkung unserer Konzentrationsfähigkeit können wir diese Grenzen durchbrechen. Die Klarheit hat auch ihr Plus und ihr Minus. Plus заключается в том, что такой человек действительно много может знать, он может о чем-то рассказывать, давать какие-то Instruktionen. Das Plus ist da, wenn er tatsächlich viel weiß, also eine gute Beschreibung abgeben kann über irgendein Gerät oder Mechanismus, also über sehr große... Minus ist da, dass er wirklich nicht mehr kann, nichts verändern kann, weil er von den ganzen Welt verabschiedet ist. Das Minus liegt darin, dass er tatsächlich nichts verändern kann, weil er von seiner Außenwelt quasi wie abgekoppelt ist. Er befindet sich in seiner eigenen Komfortzone und in dem Kokon seine eigenen Gedanken. Und deshalb muss er auf eine andere Ebene gehen, also ich bin gleich die Welt und er muss es sich wünschen, seine Welt zu verändern, indem er sein Inneres verändert. Oder er muss beginnen, sich mit tiefen Meditationen zu beschäftigen und in seinem Inneren den Zustand die ganze Welt ist in mir entwickeln. Reife ist die nächste Stufe. Reife ist die nächste Stufe. durch Kraft eben. Als kleiner Scherz gebe ich euch folgendes Beispiel. Wie die unterschiedlichen Menschen denken, die eine unterschiedliche Wahrnehmungsebene haben. Beispiel eine kleine Firma, die mit Lackieren von Autos beschäftigt ist. Und man nimmt irgendein Mitarbeiter den Hand zum Beispiel, dass er aus dem Lager Farbe holt, um das Auto anzutragen. Wenn der Mensch sich auf der Ebene des Kindes befindet und der diese Befangenheit hat, dann er hat ihn in der Arbeit aber das ist für ihn nicht wichtig. Und deswegen er geht um das was ihm gesagt haben, aber auf der Straße er etwas anzutragen. Und für ihn ist es nicht so wichtig, was man von ihm in der Arbeit verlangt. Also er geht ins Lager, aber währenddessen lenkt er sich auf irgendeinen anderen Gedanken ab. Seine Befangenheit war da irgendwie so eine Ausstrahlung von dem Boxkampf oder Fußball und lenkt er sich darauf ab, beginnt er zu schauen und vergisst, welche Farbe er dann hat holen müssen aus dem Lager. Weil er befangen war und hat eine ganze Stunde dazu verbraucht diesen Fußball anzuschauen. Das Auto konnte nicht rechtzeitig lackiert werden. Die Firma hat nicht rechtzeitig das Geld bekommen. in der Film und weil wir eine Problemsituation haben in der Wirtschaft musste die Firma schließen. Представьте hin, aber das Lager ist gerade geschlossen. Krasse kann die Farbe nirgends hernehmen. Er kann die Farbe nirgends hernehmen. eine wartet noch ein bisschen. Tоже прошел час oder полтора und hat nichts gemacht. Wenn man fragt, sagt ich bin nicht schuld, der Lagerverwalter war nicht da. Ich habe hier meine Empfehlung und die Instruktion oder den Befehl bekommen hier ins Lager zu gehen. Ich bin nachgegangen, aber der Lagermitarbeiter war nicht da, also bin ich nicht schuld. Ich habe den Lagerarbeiter angerufen, den Chef angerufen, ich bin nicht schuld, da war keiner da. Aber das Resultat ist dasselbe, die Firma fällt auseinander. Ein junger Mensch geht jetzt die Farbe holen, der die Klarheit hat. Alles passiert genauso, die Farbe ist nicht da. Und er sammelt alle Leute um sich rum und beginnt zu erzielen, wie das falsche ist, wir haben eine schwere Situation, wir müssen alles rechtzeitig erledigen. Wir sitzen eine halbe Stunde lang bei der Besprechung eine Stunde lang, aber in ein paar Tage Kladow nicht kritisieren, kritisieren, Aber nach zwei, drei Tagen ist der lagermitarbeiter immer noch nicht lange, wie lange man sprechen möchte, die Menschen nicht auf ihn, weil diese innere Kraft nicht hat. Natürlich so, dass jeder einen höheren Rang dann einnimmt in der Firma. Der nächste, das ist praktisch schon ein vielleicht aus der Manager-Ebene. Lager ist geschlossen, der Lager-Mitarbeiter ist nicht da. Es ist ein Mensch der Kraft, also der kann auch Entscheidungen treffen. Er nimmt eine Flex und schneidet das Schloss ab, holt die Farbe raus, die lackieren das Auto, die Firma bekommt das Geld, alles ist gut. Und dann sagt er zum Lager-Arbeiter, der muss das Schloss auf eigene Kosten wiederherstellen und er ist gekündigt. Das ist die Tätigkeit und die Wirkung eines Menschen der Kraft. Um das Ziel zu erreichen, kann er die Situation ein bisschen breiter sehen, nicht so, wie das in der Instruktion geschrieben ist. Er hat die innere Kraft, auch Entscheidungen treffen zu können und dafür die Verantwortung zu tragen. Dank dessen sind seine Handlungen absolut effektiv. Er kann real auch ein Resultat erreichen. Eben auf solchen Menschen der Kraft stützt, praktisch in jeder Organisation, Schule, Unternehmen und so weiter. Menschen, die reale Arbeit durchführen und nicht lappern. Die haben die höchste Ziel und die erreichen dieses Ziel. Deshalb ist bei denen, also die Kraft, das ist eigentlich, weil sehr schön ist. Aber auch diese Kraft kann als ein innerer Feind in Erscheinung treten. Das Plus liegt darin, dass ein Mensch tatsächlich auch diese Resultate und seine Ziele erreicht. Ein Minus kann auch darin bestehen, dass er nicht gerechtfertigt riskieren könnte. Er fühlt seine Kraft, in ihm kann eine Art anzunehmen, wie gesagt, ein Stichwort, eine Art Bördigkeit. Nein, indem er die Kraft fühlt, kann er sich praktisch als ehrgeizig, vielleicht leicht aggressiv auch verhalten. Und das kann ihn auch in gewisse Lebensschwierigkeiten bringen. Aber das ist aber auch eine sehr gute Ebene. Das ist die Ebene des Kausalen. Das ist die Ebene, von der man auf die reale Materie wirkt. Ein Yoga-Praktiker trainiert seine Emotionen, seinen Körper, seine Logik, alles zu kontrollieren. Nicht nur, dass der Körper alleine schön ist, damit der Mensch diesen inneren Zustand der Kraft erreichen kann. Wenn er handeln kann und effektiv in dieser Welt ist. Wenn ein Mensch praktiziert, und nicht nur körperlich, sondern auch meditiert, kann er den Zustand des Öffnens des Buddhikörpers erreichen. Das heißt dann Erwachsene. Das Erwachsene kommt dann, wenn das Denken sehr weit offen ist, wenn er ganzheitlich die Welt sehen und verstehen kann. Dieser Mensch hat auch viel Weisheit und kann alles erreichen, was er eigentlich möchte. Indem er seinen Buddhikörpers entwickelt hat, denkt er nicht aus der logischen Ebene heraus, sondern er ist praktisch mit dem Sein verbunden und denkt aus der Ebene des Seins heraus. Das ist die Ebene, die wir anstreben müssen, wenn wir Yoga praktizieren. Aber dort haben wir aber auch einen gewissen Panik. Er nennt sich das Alter. Wie erscheint dieses Alter? Wenn wir zwar ein Resultat erreichen, sind aber schon sehr alt und dieses Resultat dann nicht mehr aktuell für uns ist. Das heißt, wenn wir im Prozess unserer Leben von достижения Ziele unserer Leben und предназначения und достиgieren ihn Ende unserer Leben, das kann für uns nicht so wichtig sein. Und wenn wir während des Lebens ständig von unserem Lebensweg abweichen und gewisse Ziele erst spät erreichen, kann es ein Ziel dann für uns nicht mehr so wichtig sein. Ja, es ist zwar nötig, dieses Ziel erreicht zu haben, aber wir können es nicht mehr genießen. Steve Jobs hat es auch nicht erreicht, seine Kinder gemessen zu können, zu sehen, wie sie als Erwachsene sind, zu sehen, zu sehen, wie sie als Erwachsene sind, mit den Enkeln, also die Enkeln vielleicht zu sitzen. Ja, er hat zwar konnte in der materiellen Welt das Nötige erreichen, aber ohne diese ganzheitliche Wahrnehmung hat seine Lebensspannung verkürzt. Wenn wir über die Ganzheitlichkeit des Lebens sprechen, haben wir unsere Energiezentren, die Chakren. Und wenn wir über die Chakren sprechen, wir müssen понимать, dass jede Chakra eine bestimmte Lebenssphäre zusteht oder mit einer Lebenssphäre verbunden ist. Die Chakra, die auf den Füßen sich befindet, heißt Pitara. Diese Chakra ist verantwortlich für die Wechselwirkung, für die Verbundenheit mit unseren Annen. Malatkhara. Dann die nächste Chakra, die rote Malatkhara. Sie ist verantwortlich für unsere Gesundheit. ist verantwortlich für unsere partnerschaftliche Beziehung. Die Chakra. Das ist verantwortlich für unsere materiellen Errungenschaften. Stattus in der Gesellschaft. Aha. Die nächste Chakra, die zelene Chakra. Das nächste Chakra, das grüne Chakra, Chakra, Anahata. Anahata отвечает Следующая Chakra идет у нас голубая. Das nächste ist hellblau. Vishuddha. Das ist wieder получение новых знаний, творчества, самовыражения. Erhalt neuen Wissen, kreativität, selbst Ausdruck. Dann у нас идет Chakra синее Oka. Blaue Ajna Chakra. Это умение видеть духовный мир сверх возможности. Fähigkeit die geistige Welt zu sehen und übersinnliche Fähigkeit zu haben. Ну и фиолетовая Chakra родник связ с Богом. Violet Sakhastrara die Verbindung zu Gott. Tradition говорит о том, что путь человека мы проходим все эти Chary и таким образом мы идем к Богу, поднимаясь на все более высокий уровень. Tradition spricht darüber, dass wir von der unteren Chakra uns langsam weiterentwickeln, auf dem Weg zu Gott und dann die Göttlichkeit erreichen letztendlich. Но стремясь достигнуть и духовного и телесного счастья, wir должны стремиться, чтобы все Chary у нас были развитые гармоничны. Но мы хотим это weltное и гетто и свободное и гармоничное и гармоничное и гармоничное и функцион эффективно. Под развитие Чар я понимаю, чтобы каждая Сфера жизни была развитой. Я понимаю, что эта Lebensсфера также entwickelt. Потому что бывает так, что у человека хорошие отношения с его родственниками. Давайте мы условно разобьем на такую шкалу как бы десятичасную. Например, общение, взаимодействие с родственниками прекрасное. что у отношения с его родственниками. С его родственниками. hat hier eine neun, also da ist alles gut. Здоровье на пятерку. Gesundheit zum Beispiel auf der fünf. Например, парные отношения, то есть вообще нету парных отношений, там, ну, иногда с кем-то встречается, пусть будет двойка. Da keine partnerschaftliche Beziehung trifft sich ab und zu mit jemandem, hat vielleicht hier eine zwei. Но зато, как бы, человек материально успешен, у него все хорошо. Пусть будет девятка. Alles gut, da hat hier eine neun. Он чувствует авторитет, как бы, люди его слушают, все прекрасно, тоже девятка. Есть, wie viele Menschen, авторитетс-person, die Menschen hören им gern zu, hatte hier auch eine neun. Но при этом чувствует, например, какой-то застой, и он творчески не свободен, и вы должны делать то, что ему говорят. Вы чувствует, irgendwo, im Inneren, ein Stau, есть Кreatивität, не так, не так, entwickelt, и macht meistens das, was andere Menschen им sagen. Пусть будет пятерка. Hier, lass uns eine fünf machen. При этом, как бы, да, у него бывает прозрение, но так, чтобы сказать, что он постоянно чувствует, духовный мир, не скажешь, но на шестерку оценит. При этом он чувствует связь с Богом и божественную поддержку где-то на восьмерку. Он чувствует, и вот у нас получается такое кривое колесо, на котором мы едем по нашей жизни. то есть у нас нету гармонии и целостности всех сфер. Мы не имеем гармонии и гензливости в всех сферах. И значит, что вот эти сферы, они будут кармические, они будут тянут на себя внимание и время. Практикуя йогу, развивая тело и развивая сознание через медитацию, мы способствуем тому, чтобы эти чары выровнялись и чтобы наступила гармония. Целостность. Yoga практикуя и тело. Международная работа, медитация, практики, мы должны больше энергии обработать, чтобы это изглечить, чтобы наступить ровно-рад, чтобы ровно-рад и ровно-рад. Хорошо. Как бы я в принципе в общем, как бы все рассказал, может быть, есть те вопросы, которые ты хотел, чтобы я озвучил. Или они хотели это? Вы знаете, какие-то вопросы, где-то мне есть. Вы уже говорите, что вы говорите, что вы говорите? Кто-то? Вопрос от у меня девушки. У нее с детства сколиоз. Она тоже спрашивает, насколько это может связано с ее родовой кармой и насколько это может влиять, ну не влиять, а делать так, что она и по жизни идет как бы не по ровному пути, а по чуть-чуть извилистому. Ну, когда мы получаем врожденные болезни, это всегда есть проявлением нашей кармы. И это говорит о том, что мы должны стремиться это изменить, то есть практиковать. И это говорит о том, что мы должны это сделать, что мы должны практиковать. с другой стороны, мы должны понять, что это наш путь, это наше наследие, поэтому мы должны принять это, не стесняться этого и быть готовым с этим работать. Это я сейчас сказал про тело. Когда же мы говорим о событиях, с которыми вы сталкиваетесь в жизни, это уже не является кармой прошлого, это является кармой сегодняшнего. Поэтому, увеличивая свою осознанность, мы можем привести себя в уравновешенное состояние, состояние баланса, когда мы перестанем попадать в эти проблемные жизненные ситуации, потому что тело, оно меняется, но не так легко, потому что это уже данность, это уже материя. Потому что тело не может sich так легко изменять. Это практически материя, это нам так gegeben. А мысли, желания, модель поведения можно изменять намного легче. Но думы, comportления, wishes, они можно легко и просто изменять, чем тело. то есть если мы будем находиться в более осознанном состоянии, то есть в состоянии более широком восприятия действительности, мы заранее можем видеть или чувствовать проблемные ситуации и просто в них не вступать. Для этого вам понадобится внутренняя концентрация, внутренняя силы. И это наработается у вас, если вы будете регулярно заниматься Йогой, утром и вечером, то есть у вас есть самодисциплина, и тогда с помощью самодисциплины вы развивете эту концентрацию. Капля камень точит. Поэтому всегда все можно изменить. Если надо, тут это просто еще тогда на пару часов надо рассказывать, как делается медитация живоярдя. Но это уже может в другой раз. Будет актуально, если будет интересно. У тебя еще будет? У меня вопрос, как она цель ее и ее распала энергию. Да. Вы ранее защитили эту специальную энергию, вы работаете если она уже распалась. Ну, если энергия уже распалась, Владимир объяснял, что на каждом уровне еще раз был у них вопрос, как работать, если энергия уже распалась, как на каждом уровне работать, но ты это уже объяснял. или ее как трансформировать, если она уже распалась, куда ее девать? Вот примерно такой вопрос. Когда мы во время медитации просматриваем те события, во время которых произошло распад энергии, когда мы отпускаем всю ту боль или какую-то зажатость, которая несла в себе эта ситуация, это распавшаяся энергия, которая находилась на наших энергооболочках, она снова становится целостной и возвращается вам. И у вас возникает ощущение внутренней силы и усиления. Это означает, что Ж и вас соединились. Или когда вы медитируете над какой-то ситуацией, вас в какой-то момент перестает волновать, она становится для вас безразличным. Это означает, что эта негативная энергия просто ушла. Это означает, что эта негативная энергия просто если действительно вас это уже событие или ситуация никак вас не волнует, значит, это уже было прожито и негативная энергия ушла. Но прожил, да. В таком случае, если человек достаточно благостно живет, старается йогу в мир нести и ко всем хорошо относиться, тем не менее, там на работе за его спиной люди о нем как-то плохо говорят, какие-то препятствия козни устраивают. Какие для этого есть причины? Давайте мы посмотрим, что все события, которые с нами происходят во внешнем мире, являются неким знаком, что внутри есть нас распавшаяся энергия. Как это происходит? Было какое-то жизненное событие, которое у вас было в детстве, там произошло Распал энергии. Потом, например, уже в детстве тоже произошла какая-то ситуация. Ihr wart dann пару лет альтер, но есть такая ситуация и потом в юности произошла какая-то ситуация. В югент vielleicht irgendwo ах ситуация. Эта распавшаяся энергия, она плюсуется, как бы соединяется. Wenn die Situation ähnlich sind, summiert sich diese zerfall энергию. Вот смотрите, например, вода есть в воздухе, но в воздухе как бы мы не можем потрогать эту воду. Это вода есть в воздухе, но мы не можем это не фылить, но вот эта вода из воздуха, она может оседать на холодное стекло, и начинает стекло запотевать, и уже прям вода течет по этому стеклу. Но это вода может , если кодензирует, кодензирует и в воздухе и потом притягивает к вам ту или иную ситуацию. Например, люди к вам плохо относятся на работе, люди пытаются вас обидеть, если у нас примитивное мышление, и мы думаем, что я отдельно мир отдельно, мы думаем, что это случайно, это от нас не зависит. Но если мы понимаем, что мы излучаем из себя энергию через свои мыслеобразы, то нам надо сделать. Например, на работе кто-то там по поводу вас плохо говорит. Вы идете внутрь самого себя, находите некое ощущение от этого. Ну, представим себе, что это некое ощущение слабости в груди. То есть мы находим ощущение именно пассивной энергии, а не активной, что я им докажу, вот я всем покажу. Нет, мы находим именно пассивную. Вот это ощущение в теле, которое мы нашли, мы переносимся в него мысленно. Мы ген 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 und vielleicht erinnert ihr euch an eine Situation, als ihr 30 Jahre alt war, zum Beispiel. Ihr geht gedanklich in diese Situation, wo ihr 30 Jahre alt war und erinnert vielleicht zu einem noch früheren Zeitpunkt, als ihr das gleiche erfunden habt. Zum Beispiel wart ihr da 18 Jahre. Ihr geht gedanklich in den Zustand, wo ihr 18 Jahre seid und ihr hört weiter, wo es vielleicht noch früher passiert. Ihr findet nochmal das Gefühl im Körper, wo ihr 10 Jahre alt war. Und so findet ihr die allererste Empfindung, die allererste Situation, vielleicht wart ihr damals 3, 5 Jahre alt. Lasst uns nochmal verstehen. Jede Verhaltensweise der Menschen, die euch umgeben und der Situation, in die ihr hineinkommt, ist das Resultat der aufgesammelten Energie von euch selbst. Ich meine, das ist die Anspannungslinie, die auch hier und jetzt die Situation anzieht. Wenn ihr im Äußeren versucht, diese Frage zu lösen, поговорите mit Leuten und sagen, warum geht ihr so schlecht. Das wird nicht das Problem lösen. Weil das alles dann auf der Ebene der Logik funktioniert. Weil das alles dann auf der Ebene der Logik funktioniert. Das passiert auf der Ebene der Energie, weil ihr solche Leute anzieht durch eure Energie auf eurer Linie der Anspannung. Deshalb müsst ihr euch an diese einzelnen Episoden erinnern und im Zustand der Meditation das betrachten, bis ihr das verlebt habt. Wenn ihr alle diese Situationen nochmal durchlebt und loslässt, wird auf magische Art und Weise hören die Menschen auf, sich so euch gegenüber zu verhalten. Oder es ist euch vollkommen gleichgültig, wie die Menschen sich verhalten. So könnt ihr durch das durchgehen, durch die Analyse dieser gesammelten Sinnbilder und Erinnerung euch im hier und jetzt von gewissen Situationen und Sachen befreien. Wir haben ja diese Onlineschule, ich und Wladimir, wo wir das detailliert alles erklären, Meditationen und Methodiken geben, wie man damit arbeitet. Also in sehr, sehr vielen Lebensaspekten. Wichtig, dass sie in eurem Inneren das einmal noch durchlebt, das loslässt, das muss euch verlassen, dann wird es euch im Äußeren auch verlassen, diese Verhaltensweise. Wenn ihr euer inneres austauscht, wird sich euer äußeres auch verändern. Und zu în考�ieren. Wir sind auf eine Ordnung. Hier, um 10% municipality vom серьезen. Untertitelung des ZDF, 2020